Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Soundvlogs. Ich glaube es ist der 286. Wir haben hier heute eine Kika-Sendung gedreht zum Thema Young Delay und St. Pauli. Da war die Gitarre ein fettes Thema und ja, irgendwie hat das dazu geführt, dass ich heute nicht mehr dazu komme, einen Vlog in bewohnter Kulisse zu machen. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal, während die anderen Jungs hier abbauen und schwitzen und verladen, mich einfach nochmal bequem hingesetzt mit so ein bisschen Unterbeleuchtung und werde euch mal kurz demonstrieren, was wir heute gespielt haben. Wir haben Powerrock-Akkorde heute thematisiert. Falls ihr das Lied kennt, ist der Refrain eigentlich ziemlich eingängig. Es war ganz lustig, das Jazz beizubringen, weil sie ist halt keine Gitarristin, hat halt hier keine Hornhaut, so wie ich das habe, der schon seit Monaten Gitarre spielt. Und sie hat halt auch nicht unbedingt so kurze Fingernägel, wie das bei Jungs so üblich ist. Und das war schon ganz lustig zu sehen, wie jemand, der das halt nicht gewohnt ist, mal den Ringfinger noch irgendwie in diesen Bund zu kriegen und den Zeigefinger trotzdem hier zu lassen. Da mussten wir dann auch so ein bisschen improvisieren, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht war das ja nicht das letzte Mal, dass sie Gitarre spielt. Ja, und im Prinzip war es das auch. Ich habe weder Tonleitern geübt, ich habe weder meine Pull-Offs nochmal irgendwie verstärkt, aber hey, man kommt nicht jeden Tag dazu. Es war auf jeden Fall heute auch in jeglicher anderen Hinsicht sehr, sehr lehrreich und hat noch, noch viel mehr Spaß gemacht. Also verzeiht mir, dass der Vlog heute so kurz ist ohne Comments. Und ich sage bis morgen in gewohnter Kulisse. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.